Hervorragend, hier ist die Goblinstadt. Ich hoffe, dass der Älteste bereit ist, uns zu helfen. Ich grüße euch, Mensch. Was hat euch in unser bescheinendes Dorf geführt? Ich sage es euch gerade heraus, eine schreckliche Bedrohung liegt über Denmoor. So sicher wie das Schicksal besteht, eine Verbindung zum dunklen Lord, der in den nördlichen Bergen lebt, habe ich recht. Seine Armeen marschieren schon seit Tagen in einem endlosen Strom durch unser Land. Ja, er wird versuchen, den Weltenkristall zu zerstören und unsere Welt ins Chaos zu zerstürzen. Die Gäden über eine große Naturkatastrophe haben sich in der Erinnerung unseres Volkes gehalten. Wir haben uns an die saubere Bergluft, verschneite Gipfel und strahlende Sterne gewöhnt. Es wird schlimm, wenn die dunklen Zeiten erneut wiederkehren, aber wie können wir euch helfen? Als ich in den drei Städten war, benutzten die Mitglieder eures Clans eine Art Pulver, um einen Ausgang aus den Gebirgshöhlen zu schließen. Ja, dies ist eine Erfindung unseres Volkes, auf die wir zu Recht stolz sind. Aber sogar hunderte solcher Bomben werden die unzähligen Armeen von Toten nicht aufhalten. Nein, wir werden nicht mit der Armee kämpfen. Wir möchten den Anführer selbst vernichten, aber dafür müssen wir seine Zitadelle eindringen. Für diesen Zweck wird uns das Pulver gute Dienste leisten. Hm, wenn ich mich nicht irre, bestehen die Mauern der Festung des schwarzen Hexers aus Blöcken, die aus den Eisenklippen geschnitten wurden. Hm, ja, sie zu zerstören benötigen wir eine äußerst rückschlagsstarke Bombe. Aber werdet ihr in der Lage sein, solch eine Bombe zu schaffen? Das werden wir, aber dafür benötigen wir einen Arbeitsplatz und jede Menge Zeit. Die ständigen Angriffe der Untonen und Beganden lassen uns nicht für eine Sekunde zur Ruhe kommen. Ich werde versuchen, die Feinde zurückzuhalten, während ihr an der Bombe arbeitet. Sobald wir eine Mühle gebaut haben, können wir anfangen. Es gibt jedoch noch ein weiteres kleines Problem. Üblicherweise kaufen wir Nahrungsmittel von unseren Angehörigen. An der Straße, in die unsere Städte verbindet, haben sich jedoch üble und habgierige Beganden niedergelassen. Seitdem konnte nicht eine einzige Karawane unsere Stadt erreichen. Und nun werden unsere Kinder hungern. Nun, ich werde sehen, was ich tun kann. Mhm. Ja, helft beim Wiederaufbau der Stadt. Sobald die Goblins die Werkstatt errichtet haben, dritte Stufe der Stadt, werden sie in der Lage sein, mit der Produktion der Bombe zu beginnen. Mhm. Gut, das heißt, zwei Trupps Spießgoblins erst einmal. Was wird erledigt? Auf zum Sieg! Toll, und hier liegen Schätze, die wir nicht erreichen können. Da hinten ist ein Bär, der uns ein paar Erfahrungspunkte einbringen könnte. Oh, und da kommt auch so eine Nahrungsmittelkarawade doch noch durch. Auf zum Sieg! Gut, der Steinbruch ist auch hier etwas abgelegen. Auf zum Sieg! Kein Problem! Wir greifen an! Erstmal muss ich wirklich die nähere Umgebung sichern. Auf zum Sieg! Kein Problem! Hier ist auch nochmal Gold irgendwie im Boden verankert. Kommen wir da ran? Ja. Kein Problem! Oh, okay, ich rede ich einfach... Schon erledigt! Nee. Dann entlassen wir den Geist, wenn ich ihn nicht hier beschwören kann. Hm? Ich frage mich gerade echt, greifen die großen Höhenmonster an? Ja, du siehst. Schon erledigt! Auf zum Sieg! Ich glaube, ich hole mir noch einen dritten Truppsspießgoblins gleich mal. Natürlich! Also ja, erstmal müssen die weg. Großmonster. Hm? Auf zum Sieg! Bereit zum Kampf! So, das gibt vielleicht schon mal satte schon erledigt! Ihr habt eine Aufgabe für mich? Erfahrungspunkte? Und natürlich! Hm? Zum Sieg! Auf zum Sieg! Schon erledigt! Auf zum Sieg! Zum Sieg! Zum Sieg! Zum Sieg! Wir gelten ab! Zum Sieg! Wir gelten ab! kein problem das heißt holzlieferung kommt durch hier oben gucken wir uns später um kein problem schon erledigt jetzt müssen wir erstmal die briganten ausschalten kein problem kein problem die zweite goblin stadt müsste dann da oben auf zum sieg kein problem wobei bevor ich die briganten angreife also erstmal stoppen ja dann nehme ich nicht das sondern das aus ihr habt eine aufgabe für und gibt es einen meiner trupps dass die panadine nicht übelst gebufft sind sondern auch bei anderen trupps ein bisschen gebufft heute des todes schatten des not verraten der weil der zieht mir leben ab das ist nicht gut aber das ding zum beispiel könnte ich kaufen und die keule des todes die kauf ich auch so und natürlich ihr habt meine gedanken gelesen schon erledigt so dann gehen wir mal hier raus schon erledigt die wollen erstmal nichts holen weil sie genug holz und steine haben für die zweite stufe ihr habt eine aufgabe für mich was wird erledigt so ihr kriegt das dann machen wir mal ein quick save auf zum sieg und dann ist eigentlich stark genug sein ein paar briganten auszuheben kein problem schon erledigt kein problem wird erledigt wird erledigt wird erledigt so das ist genug nahrung die wir der stadt verkaufen können schon erledigt um sie auf die nächste stufe zu bringen das machen wir auch gleich und holen uns mindestens zwei truppen fernkämpfer und ein trupp bomber oder am besten gleich zwei truppen bomber ja genau hier drüben haben wir gesagt ist gar nichts weil die karawanen die kommen die straße runter und schon erledigt schon erledigt so gut bombe und fahrt finder steht zur verfügung ach nehmen wir einfach gleich mal drei trupps fahrt finder und zwei trupps bomber so ihr habt eine aufgabe für mich damit haben wir eine starke goblin armee in anführungszeichen weil die truppen müssen wir dann erst noch aufwerfen schon erledigt wird erledigt schon erledigt auf zum sieg auf zum sieg auf zum sieg auf zum sieg kein problem kein problem kein problem oh das sind viele da hilft wahrscheinlich auch nur eine todeswolke noch dazu ich brauche mehr manna ich brauche mehr manna ok ein paar verluste sind das jetzt geworden allerdings auf zum sieg ja hatte das briganten lager mehr als genug gold um das wieder zu decken auf zum sieg auf zum sieg auf zum sieg so und dann können wir das auch alles dann nutzen auf zum sieg also unsere armee nutzen um die gegend zu klären ist noch etwas wird erledigt noch mit punkte zu sammeln unsere führerschaft zu erhöhen weiter wird erledigt ihr habt eine aufgabe für mich wird erledigt wird erledigt also ich gehe wirklich erstmal hier hoch und wir hier sind kleinere monster also ja ich würde sagen schon erledigt ich glaube ich die höhle auf jeden fall noch clearen den vulkanbereich den meide ich erstmal schon erledigt also ja ich kann hier hoch noch wird erledigt Wird erledigt. Aber natürlich. Ach, Bombe ist aufgestiegen. Gut. Kein Problem. Wird erledigt. Wir haben aber allerdings nur die Angreifstruppen, nicht die Verteidigungs-Truppen. Jetzt getötet. Also ja, ich gehe dann hier hoch, aber komme da gleich wieder runter. Hm? Ihr habt meine Gedanken gelesen. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Kein Problem. Na, weil jedenfalls jetzt sollte das reichen. Aber ja, ich tue jetzt speichern. Mal wieder. Das ist wieder gleichwertiger. Überschreiben. So, und dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.